Und dann kommen wir zum zweiten dran, das hat heute überlegt die Spielgemeinschaft Hochbonterhoff. Und die Erdspazierten hierher kommen ebenfalls noch Einblitzkarten von der Klimarei vom Vodapark noch dazu. Zusätzlich über Nikolaus Seinke und der Erdspazierten hierher überlegt die Spielgemeinschaft Groß-Vandertal. Wir sind die Champions. Wir sind die Champions. Loser, Loser, Loser. Wir sind die Champions. Vielen Dank.